Guten Tag. Komprimierter Raum statt Hall auf dem Schlagzeug. Also wie mache ich aus dem hier? Das. Dazu nehmt ihr Schlagzeug mit Raummikrofonen auf. Ich zeige euch das mal. Das hier ist ein Monoraum. So sieht der aus. Dieses Mikrofon ist in der Mitte ungefähr zwischen den Overheads platziert. Und weiter vorne gibt es noch Raummikrofone. Die klingen so. Man hört, dass es ein relativ kleiner Raum ist. Also unser Drumraum ist relativ klein. Dann gibt es noch ein Schlauchsignal. Das ist ein 4-5 Meter langer, so dicker Schlauch, so ein Kunststoffteil. Und den Trick habe ich mir selber mal irgendwo im Internet abgeguckt. Auf der einen Seite ist halt ein Mikrofon drin. Und es klingt halt eben wie ein Schlauch. Achtung. Ist halt sehr speziell und muss man mögen und wollen. Und deswegen ist dieses Signal auch ganz subtil nur dazu gemischt. Also Monoraum, Stereo-Raum und Schlauch zusammen. Mach den Schlauch mal aus. Schlauch an. Schlauch aus. Also der macht ein bisschen was. Halt eben für Nerds. Hören wir nochmal komplett in das trockene Drumkit ohne Raumzauber. Jetzt die Räume dazu. Da geht schon ein bisschen was auf. Und jetzt kommt der eigentliche Tipp oder Rat, den ich euch geben kann. Nehmt diese ganzen Ambience oder Raumspuren und komprimiert sie. Also macht da draus. Das hier. Also ich habe jetzt in dem Fall einen Drama Kompressor verwendet. Aber ihr könnt auch einen 1176 All Buttons in oder einen 1178 oder was auch immer nehmen. Wichtig ist nur, dass ihr das wirklich so heftig komprimiert, dass es eigentlich schon fast am Kotzen ist. Ohne. Und mit der ganzen Kompression. Und dann könnt ihr nämlich aus diesem hier das machen. Und das ist komprimierter Raum statt Hall. Ich hoffe dieser Tipp hat euch gefallen. Gebt mein Kanäle ein Herzchen, gebt mein Kanäle ein Like, folgt mir. Und noch ein Hinweis am 26. und 27. Oktober. Findet hier bei Anker im Frieder Park mit mir wieder ein zweitägiger Mixing Workshop statt. Wo wir unter anderem solche Themen auch behandeln. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir eine Mail an osmator at osmator.com Und zu guter Letzt, seid bitte lieb zueinander. Es ist nämlich eigentlich ganz einfach, kein Arschloch zu sein. Bis dann. Ciao.